Hallo Leute, heute kommen wir zu einem neuen Video auf meinem Kanal TechnikTV und heute habe ich eine CD gefunden, wo ein Spiel mit drauf ist und das möchte ich mit euch heute einfach mal spielen. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter, wenn ich was will, ist halt knapp, kann man bestimmt noch ändern, gleich, wo ein Spiel mit drauf ist und ok, dann machen wir das Spiel mit dein Spiel zu tun. Ok, Spiel dann spielen. Nummer 1. Äh, kann ich das auch größer machen? Ah! Hallo? Ah jetzt. Ähm, so wirklich spielen. Beginne dich auf dem Weg durch das Spiel. Spielleben, damit du anschließend wieder ansteuern, einmal viel Arbeit, einmal mehr steuern. Ah, ok, das ist schön. Erfinde Aussichten um dich, um volle Fotos auf deine Pakten zu schießen. Erzähle Bilder und noch mehr. Sammle, der freutenden Pakten über den Weg, wo in deinen Pakten sein kann. Dankeschön. Auch natürlich. Ok, ich mache hier. Und dann halt... Oh! Ich bringe eine Sekunde. Also ich kann hier bloß gehen. Sobald die Luft auf den anderen, dann kann sie die Berge wieder zurück. Dann werfen. Sie sich um die Wolken mit uns auf. Okay. Man wusste nicht. Nämlich Schnee, Eulen sind bald. Wurden braun. Sie werden erst, wenn da weiß. Ich nicht. Aber cool. Foto. Ähm. Verklage. Es wird ver clairt. Ich werde den Austausch. Ich werde den Flam. Der Flam. Der Flam. Der Flam. bringen die lieben spiel weiter Ohne, ob ich mich auch lesen kann, ähm, ähm, nehm ich mir Schnee und ich bin bei, und dann werden wir schon wieder bei. Ah, da kann ich klicken mit, und dann, da ist ja, 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 wenn ich mich auch lesen kann, dann. Ich habe mir jetzt keine Ahnung mehr gesehen. Wie geht das jetzt? Ich habe keine Ahnung mehr gesehen. 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 Ich habe kein Ahnung mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung mehr gesehen. schließen weil ich weiß überhaupt nicht was ich jetzt hier machen soll ich nehme sie schon seit elf minuten auf ich starte jetzt einfach das spiel jetzt hier nochmal neu ich lasse es jetzt erstmal Okay, wir könnten auch mal in die Karte sagen, ich könnte gucken, wie es da ist. Mal spielen. Das ist wesentlich mehr und du wirst du das als Hammer auszunehmen. Das war's für heute. Das ist so, dass die Ängel-Türen-Frenhaugen kommt. Die Tür rennt hier um ihrer Höhe und mit der Luft gefüllt und lassen sich die Gärme nicht Die Tür rennt hier um ihrer Höhe und mit der Luft gefüllt Seit dass du mal springen kannst, wusstest du, dass Kaninchen springen können, bis zu 5 Meter tief zu tauchen. Wo solltest du ein Wachfall, dass du den End des Endrums klar kannst? Was solltest du ein Wachfall, dass du den End des Endrums klar kannst? Was solltest du ein Wachfall? 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 Okay. Okay. Untertitelung. BR 2018 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Also tschau tschau. Bis zum nächsten Mal.